I can feel it coming in the air tonight Oh, you're on Na ja, dann geht's auf zum Dienstag Oh ja Dein Rösten war gut, das Problem nämlich an meinen Mutters war Ich grebe das an, ob ich Lust habe Dabei hätten die die Banninge fokussen müssen Ja, aber das kannst du ja nicht einfach so sagen Da musst du schon, ah, ne Ja, da war zu viel rumgekreuze Ich hab's kaum geschafft, das überhaupt anzudrücken Deswegen war sehr schwierig für mich Wärten die Gleichen? Ja, das wär echt scheiße Nee Aber ein Clan Schlick City Toller Name Kenn ich gar nicht die Map Es ist auch hundertprozentig neu Schön, dass ich sehen kann, wo man da ist auf der Seite Gehen wir mal oben links und unten rechts So wie die aussieht Ja, wegen dem Gebeten zu dir hinten dran, ne Ja Ehrlich gesagt, eher wegen Doppelchoke und dann große nach unten gehende Jeder von uns ist auf seine eigenen, denke ich So sieht's nämlich aus Ich glaub, ich bin Protoss Ja Evalül, Lel Ich bin echt Protoss Ich bin Sörg, wir haben verkackt Bisschen was kann ich als Protoss Bin nicht komplett scheiße, aber ich bin halt richtig schlecht im Gegensatz zu den anderen Sachen Hier ist ne Doppelgold Ich hatte vollkommen recht damit Ja, hier ist ne Doppelgold Viel von uns beiden eine Zusätzlich dazu noch ne normale Echse Doppelklick Maus Oh Hure So und jetzt gehst du einmal rüber scouten Also ich geh einmal rüber scouten Irgendwie wenigstens mal verschiedene Rassen zu sehen, die ganzen Leute von uns Wenn du aufnimmst und Zufall spielst Ja Nicht immer das gleiche Wir machen gerade einen auf Yoshi und Michi vor mehreren Seasons, ne Im Dauerzufall, das gab's früher ja mal bei uns Ja, in der ersten Season Oh ja, na in der ersten Season, es gab das eigentlich ganze Zeit lang bis Season 7 oder so von mir Bootschampool gesetzt Hat den schönen offensichtlich gesetzt, so dass man schön sehen kann Der will auf jeden Fall rushen, man sieht es an den Sachen, die der sonst noch so gestellt hat Da kommt der Scouten, die Marde, hinten in die Ecke, wup wup, was bringt ihr das? Oh, wo ist die Barak von dem? Könnte bei uns geproxied worden sein Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf Ich hab unsere beiden Gegner haben nicht gescannt Äh, nicht ge-ext Zu viel Brot, äh, zu viel Dingsbums gespielt Gerade mit dem, was ich gerade gedrückt hab Hat man's gesehen? Ich hab doppel, äh, rechtsklick Erst rechtsklick auf die Mineral-Felder und dann, ja, da kommen die Sörflinge Sind die unten Könnte eine noch gebrauchen Dankeschön Da kommen die nächsten Ja Ich muss halt jetzt Gummi geben, was Pumpen angeht Aber du hast auch viele Units schon draußen, nicht schlecht Aber ich pumpe ja auch Aber ich pumpe ja auch ain't, ja Ich muss es nur wieder einmal noch nicht Ich bin einig, wenn ich mit dem dass es nicht mehr immer noch Aber ich bin nicht Ich bin nicht Nyeh 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 What? Ich hab selbst jetzt welche Ich hab selbst jetzt welche Oh die haben Peenlinge, die haben Peenlinge, die haben Peenlinge Nicht gut Komm zurück Ich mach Force Fields Brauch ich jetzt nämlich Du brauchst Watches Weißt ja selbst, warum sag ich so überhaupt Flex wahrscheinlich Ich hab dich Um Ich hab eine Kannst ja direkt an die andere noch nehmen, wenn du kannst. Die X, meinst du? Ja, ja. Ja. Ist ne Idee wert. Deswegen ging das nicht. Ich habe auf eine Stelle doppelt das Gebäude gesetzt. Das ist natürlich geil, was du gemacht hast. Dann mal gleich ein bisschen Infos über die. Ach, den Terra gibt es ja auch noch. Lol. Ganz normal spielt der Medivax-Blub. Ja gut, dann kommt jetzt echt das, was ich gedacht habe, was ich machen möchte. Dann spiele ich jetzt echt... Ja, Muten ist gar nicht so schlecht. Und ich spiele jetzt Kolosse. Wenn wir so gewinnen, dann sind wir nicht komplett scheiße. Sollte man meinen, wa? Ja. Mit der Morphose abgeschlossen. Wir brauchen mehr Mineralien. Die, wir wollen los. Die stehen schon vorne. Okay. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Mit der Morphose abgeschlossen. Nein, das ist ... bei mir. aus Dummheit. Doppelklickmaus, for the win. Ist es aber mir. Ah, kommt aber nicht durch damit. Ich muss fast nach vorne rutschen, weil ich brauch die Echse. Ich muss fast nach vorne rutschen. Wir brauchen mehr Overlords. Fris das. Wir brauchen mehr Overlords. Mann. Gerade im Gefühl 10 gepumpt. Ich weiß, was du meinst. Wie kann es sein, dass ich hier an Ort und Stelle... Guck mal da, wer da unten ist. Da sind sie! Feuert aber viel, ne? Loll, wie du das abgeräumt bekommst. Mit den Muten. Hammergeil! Okay. Ja, jetzt die Hydras, ne? Ach, das sind total viele. Mann. Ich hab keine Units mehr. Ich hab kein mehr Speeinggas. Mann, das fuckt voll ab. Rein da. Ich brauch Gas. Kann ich pumpen. Ich hab kein Gas. Aber ich bin auch kein Potos-Spieler. Ich bin Potos so gut wie Scheiße. Ich hab fast 2.000 Hits. Ich hab null Gas. Ich pump schon. Ja, dann spielst du's nicht richtig. Dann musst du mehr Salads spielen. Fertig. Ich hab Salads gespielt. Ich hab 6 Gas gesetzt. Voll gesetzt. Haben nix bei rum. Ich bin kein Potos-Spieler. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Angegriffen. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Ich bin ein Potos. Ich bin als Potos... Nutzlos. Genauso wie Daniel als Potos nutzlos ist. Kannst du vergessen als Potos. Ich hab keine Ahnung wie man das macht, dass man Gas hat. Als Potos. War's für mich. Aber warum meckern? Ich hab gesagt, ich bin scheiße als Potos. Du warst stark als Sörg, aber... Ich bin halt richtig schlecht als Potos. Bin letzter, ne? Ja. Wie ist er? Bin als Potos scheiße. 6 Gas besetzt und mit 6 Gas kannst du dich mal 5 Hetzer gleichzeitig pumpen. Läuft. Ich hatte nur eine Forge. Also verstehen tue ich das nicht, aber ich bin halt kein Potos-Spieler. Einfach beten und hoffen, dass ich niemals wieder Potos bin. Ja, hoffentlich. Ich bin halt richtig. Ich bin halt richtig. Ich bin halt richtig.